Mal sehen, was hier los ist. Das wäre mir irgendwie auch die Gitarre richtig um. Geht rein! Hallo! Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Kommen wir auch wieder raus? Guten Tag! Ich habe gehört, das Essen ist hier besser als ein Steinberg. Das werden wir erst noch sehen. So Essen gibt es ja auch. Ist ja prima! Guck mal, wo denn? Was ist denn? Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ja! Ich bin mal bei mir. Guck mal! Ich bin mal bei mir. Naja! Ich bin mal bei mir. und er kennt sich mit Frisuren aus. Er fährt ein klappriges Auto, wenn er an der Theke steht, dann weiß er ganz genau, er wird Rockstar. Er wird Rockstar, er wird Rockstar. Da traf er seine Mannen und den Mundstein, der ward gelegt. Sie konnten zwar nicht spielen, doch sie wurden anerkannt, denn sie fanden schnell die Lösung, sie wurden arrogant. Sie werden Rockstar. Sechs Jahre später spielen sie schon zweimal im Jahr. Zwei Mal. Doch der Tourstress, der macht sie fertig und so kommt es so viel klar. Für Karriere durch den Dreck gehen, der Traum von Rockstar. Der wird nicht wahr. Hey Mr. Bassman, play your fucking bass. Wie du? Noch einen Song? Noch einen? Noch einen? Mein kleiner grüner Kaktus steht auf. Oh, 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 oh. Oh, oh. Und wenn dein böse Wicht, warum du so besprichst, warum ich mein Kaktus umverstich, stich, 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 stich. Mein kleiner grüner Kaktus steht auf. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin krank. Ich muss in die Krankenstation. Ich bin krank, ich hab offene Venen, ne, offene Schuhe war's. Wenn du was verbrochen hast, kommst du lange Zeit in den Knast. Dunkel laufen, hey Baby, Baby, komm schon für mich ran. Dann kommst du da auch noch, Klaus, kommst du nie mehr raus. Noch anderthalb Jahre haben wir die Dosen. Ja, ja. Auch wenn's schöner wär, es geht auch ohne Geschlechtsverkehr. Yeah, yeah, das stört mich nicht sehr. Es geht auch ohne Geschlechtsverkehr. Jedenfalls heute. Yeah, yeah, auch wenn's schöner wär, es geht auch ohne Geschlechtsverkehr. Ja, yeah, ja, auch wenn's schöner wär, es geht auch ohne Geschlechtsverkehr. Ich glaube mir, alles wird wunderbar. Steht alles hier im Kamasutra. Jawohl, und die Hohlung. Ich glaube mir, ja, kein Problem. Alles wird wunderbar. Es kann auch ohne Geld. Hey, kannst du's sehen? Im Kamasutra. In allen Stellungen. Yeah. Guck mal, guck mal das Ding da unten. Was hat der denn da für ein Mikro? Boah, ist das für ein Ding, oh, boah. Ist das ein fettes Teil. Mann, davon trömm ich. Echt, die ganze Nacht? Redel, hier, hier ist das Bän. Ein bisschen Tanten. Ein bisschen Tanten. Ein bisschen Tanz muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Da freut sich auch der Sponsor. Nee. Falsche Richtung, das Schild ist höher. This is random and you're watching Fatschmeiser. You're watching. Nee, noch ein bisschen eher, noch ein bisschen mehr. Sonst krieg ich den Kreis nicht dicht hier. Okay. Das ist gut. Nein. Nein. Das ist zu nah. Noch ein bisschen, okay. Okay? Und weiter geht's. Drei, vier. Hör mal, was ist da da für ein Teil da unten doof? Sieht aus wie ein Mikrofon. Keine Ahnung. Schuhre, Bete, 58. Nee. Jawoll. Kein Problem. Das kann auch ohne gehen. Hey. Wie finden Sie denn jetzt, dass jeder so ein Konzert ist? Ja, es ist wunderbar. Ist ja jetzt. Sonst hat man hier nur Langeweile. Das war interessant für alle Leute, dass das und was gemacht wird. Hast du noch was Neues in die Klasse? Ja, das ist richtig. Schön. Ja, ja? Ja. Wöhnst du denn die Musik normal? Normal stehe ich auf andere Musik, auf Disco-Musik, aber ist nicht schlecht. Nee, nee. Bitt mir. Ja, ich finde das auch gut, dass mal für die Gefangenen hier was gemacht wird, dass was unternommen wird, denn man hat ja sonst hier auch weiter nicht. Ich meine, es ist auch nicht mein Stil von Musik, aber man hört es sich eben an. Ich finde es auch sehr gut, dass es in der Nacht geht, dass man überzeugt, dass wir gut sind. Ich will es nicht sagen, weil ich immer vorbeigehe. Ja, das ist ja nicht schön. Ich schließe mich auch an so. Ich finde das gut, dass das gemacht wird. Ich wollte auch Lüfters gemacht werden. Ja, mal sehen, was noch kommt. Wie wird denn Tudemisch getan im Platz, so ein Programm? Auch mal sagen. Ja, der Staltung ist hier wie Schweißel, ich soll was auch anders gemacht werden. Da kommt man noch ganz aufmerksam. Ich brauche mich nicht. Happy Method, Fan? Sowieso. Sowieso. Ich weiß schon aus dem Grunde, weil mein liebes Bruder hat es, das Manager selbst, wo ich bin. Dadurch interessiert mich das Berufsbedingungsverfahren. Lassen wir uns überraschen. Kein Kommentar. Kein Kommentar, okay. Wenn er nicht verlaufen kann, jetzt kann er. So, nüchst du. Ich möchte meine Mama zu Hause. Also ich möchte erst mal meine Mama grüßen, die zu Hause ist vom Fernseher. Und meine Verwandtschaft in Dresden. Ja, geht. Mehr Disco. Was da drin? Meine Mutter? Ja, ne? Jetzt, warum? Ja, ich grüße meine Mutter zu Hause, vom Fernseher. Und meine Verwandtschaft in Dresden, um meinen Bruder in den Knast, die zu werden. Ja. Soll ich? Das ist ja für Sonne. Mach das auch rein. Hast du eine Mutter drin? Du bist ja ein schwerer Junge, ne? Ja. Bist du doch ein schwerer Junge, ne? Ja. Ich wiege 180 Kilo. Und finde dieses Konzert schön. Ich finde es schön, dass das überhaupt stattfindet hier. Und finde das prima, dass die Jungs kommen. Für schwere Jungs. Ja. Sag das vielleicht nochmal. Konzert für schwere Jungs. Ja, ein Konzert für schwere Jungs. Schön. Für richtig schwere Jungs. Und finde ich toll. Ich bin ja auch teuer, ne? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Musik 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 Dankeschön! So, damit ich mich etwas erholen kann, dann kriegen wir jetzt etwas Haltruhiges, und zwar Venice. Der Kapellmeister! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020